hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft stone block 3 ich habe was rausgefunden wenn ich hier rechtsklick macht kann ich die immer gleich auffüllen und rausnehmen zugleich das ist heavy das tut einiges vereinfachen so und so dann will ich jetzt als nächstes jahr das bauen da brauche ich so einen blog für okay ich mache es aber doch besser so ne ich will das bauen da brauche ich so ein blog für sagte ich okay dann nicht den bauen da ist er schon und wieder einmal was fertig gekriegt so als nächstes kommt dort denken kann ich das direkt bauen kann ich so okay enchanting apparatus so jetzt wird es kompliziert weil ich muss so eine glyphe bauen dann brauche ich den scriber's table und ich brauche dafür an tomen branchen wo soll ich die denn her bekommen ja vom phantom sehr schön und wie kriegt man phantom leder in einem ja wie funktioniert der wo war das daran dahin dass da würde ich und zwar mit der maschine da fehlen wir noch anti metapallet kann ich dann aber zurückgehen so muss ich noch mal gucken so das fing wie das wurde in dem ich will den bauen den will ich bauen und dafür brauche ich anti metapallet dafür brauche ich noch mal und ich habe keine ahnung wie es funktioniert aber wir werden das zusammen rausfinden machst du denn da da hat sich aufgespießt ach nee kleid zu irre ja guck ruhig nicht dein ernst sieht richtig gut aus ne das gefällt mir noch nicht so gibt es da so doch kann man doch man kann doch mit einem tunnel das ganze auch mit funk übertragen was das ich mache ich dann hier so einen kleinen tischen und macht dann dieses grafting terminal das ist ja auch bestimmt irgendwie in blau geht immer wenn ich mein kann ich das nehmen was kann ich jetzt nicht nehmen das geht nicht da kann ich es nehmen das hier reinpacken nee so nicht erst leer mal ein bisschen au nehmend anbau wie wird es dann blau es geht nicht nur durch kabel ne schade blue blue wireless transmitter nicht dein ernst warte mal warte mal warte mal warte mal blue wireless transmitter wo ist der transmitter ist der oben da ist er und er ist purple ok, wenn ich den abbaue man packt den wieder hin äh Blue Wireless Transmitter Refined Storages naja, Pleite in der Schistik müsste es sein, ach Mist hm, geht's vielleicht das wird jetzt nicht mehr funktionieren, oder? äh, doch ne, funktioniert nicht warte das funktioniert auch nicht warum nicht wüsste eigentlich hm was denn der andere Transmitter da 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 kann ich den Blue Blue Wireless Access Point bitte, bitte das muss gehen Blue hm ME Access Point ne Mac ne, ME Wireless hm Access Point da ist er ah, schade da kann ich den in blau machen naja, das ist Receiver hm Quartz Fiber das will ich hier hm Blue Tinted Glass hin machen ich muss das testen Blue Tinted Glass Blue Tinted Glass was ist da ja Blue Stained Glass dann halt okay connecting ne, will ich nicht wie ganz normales ganz normales blaues gefärbtes Glas okay dann mache ich das anders mache ich hier Glas Glas ganz normales Glas frage ich hier drum herum wenn es geht geht nicht ähm so hab ich da und den habe ich Access Point ne ne ach da ist er doch muss ja einfach nur erdrücken ne ne da muss ich nicht erdrücken ich muss hier hingehen aber ich muss hier erdrücken können aber wenn ich das Ding baue und nehme mache ich das mal so und ersetze das durch blaues Glas okay dann kriege ich ach man dann kriege ich das gleich hier raus das ist doof ich hätte das gerne in blau das hier ist klar ne wie man das in blau kriegt aber das ja egal ich bastel den wieder dahin hier hätte es funktioniert mit dem alten system mit dem neuen leider nicht okay und so wieder dahin muss ich das jetzt wieder hier einwerfen das gut das sind noch blaue Kabel hier ist ein blaues Kabel drin warum ist mein Ding dann nicht blau nicht mein Ding man das gut so ich wollte die Maschine ausprobieren und zwar ist das die die erste der Chemical Crystalizer okay den mach ich mal dahin so was kann der was braucht der empty ja er braucht eine Chemikalie aber welche so ich gucke mal nochmal kann ich ja ne alles klar gut brauchte die Fledermaus Sachen genau das war's Fledermaus Sachen brauchte ich für das Ding ne hier und für die Maschine brauchte ich die Dinger Anti-Matter Pallets also da musste Anti-Matter Anti-Matter wie mach ich denn Anti-Matter im Chemical Oxalizer Anti-Matter Pallet das macht ja gar keinen Sinn komm ich durch Polonium und aus Polonium mach ich in äh das ist im Moment glaube ich noch da muss ich warten bis Moinsen kommt der hat nämlich hier hinten in seinem ich glaube er macht Polonium Polonium haben wir Polonium Polonium nicht das Pol oder Polonium Polonium da haben wir Polonium Pallets ok Polonium Pallets äh nochmal das dafür brauchte ich die Maschine alles klar und dafür brauche ich die Maschine so Anti-Matter Pallets kriege ich indem ich Anti-Matter mache Polonium 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 Pallets ne hab's vergessen Moment Moment tut mir leid aber ich hab's nicht rausgefunden erflixt und zugenäht wie komm ich denn jetzt weiter weil ich kann ja dieses äh wo war's so irgendein Glyph soll ich machen Glyph vielleicht kann ich ja ein anderes Glyph machen wo ich keine Dinger brauche Glyph ok Glyph was hab ich denn da oben Interaktion so Glyph auf Ignite Glyph auf es gibt so viele ähm guck mal wie das geht das geht mit Kohle mit Kohle aha und dann gehe ich Glyph also ich brauche Flintensteel zwei Kohle das Ganze ähm ok Flintensteel zwei drei Kohle ich guck mal Flint und Steel muss das ganz sein ich nehme mal ein ganzes dann Kohle ja alles klar Kohle drei Stück so und das Ganze soll gehen in warte ich muss erst hin in dem Ding ok dann du weg du weg du weg Kohle Flintensteel so mach ich mal Flintensteel hier mal das hier hinlegen ja kann ich kann ich hier Kohle ne geht nicht krieg hier ne drin warum nicht ne Flintensteel ist drin und versteht nicht wenn ich jetzt hier drauf drücke und will ich will irgendwas bauen kann ich nicht die Frage ist ja die Frage ist ja das ist schon klar dass das invalid ist kapiere ich das vielleicht falsch wenn ich ähm so ein ne hier sind die Dinge was ist wenn ich das bauen will kann ich das bauen ähm warte kann ich das bauen das hier bräuchte ich das ähm was fehlt mir da canestone okay 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 den hier bauen ja oh cool dann den hier bauen so okay wie baue ich sowas ja Waldenwing kann ich sogar bauen ist ja nicht zu fassen das ist ja nicht zu fassen okay den haben wir durch exchanging gets super ähm okay aber ja wir sind ein Stück weiter gekommen bis auf das Ding ne kliffs klick to view valid items ja kliffen ich hätte gerne was weiß ich blau ist simpel ne also kliff auf Rune kliff auf Snowfall kliff auf Snare ja das war wahrscheinlich auch kliff auf Flair oh Inscriber's Tape nur wie benutze ich den ne also der Inscriber's Tape äh Table der steht ja hier kann den aber nicht benutzen ich kann hier nichts reinlegen das ist das Problem so vielleicht mit der kleinen Hand ne ich kann da nicht reingucken steht da vielleicht falsch rum den kann ich mir nicht vorstellen aha nö da brauche ich nur einen Button für muss irgendein Glüh verbauen hm Buton haben wir denn Buton ja haben wir einen nur die Frage ist den lege ich mal da drauf die mal da hin und mach mal das hier oh select oh ist das was passiert ich habe was gekriegt best complete aha so funktioniert das ok 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 dann müsste doch ja das ist fertig sehr gut aha ok also wie hatte ich das jetzt genau gemacht also ich habe also schon wieder voll bis oben hin du raus du raus du brauchst nicht nicht äh das kann weg das kann weg das kann weg das das ok dann kommst du noch in den Müll ähm ne nicht in den Müll ja nicht übel und hierfür brauche ich ja Netherstar den müsste ich mir erst machen und beiden Rebute wo immer ich das auch her bekomme als nächstes wäre dann wahrscheinlich das hier ne Robes mache ich mit äh mit Fiber und Fiber mache ich mit Magebloom und Magebloom bekomme ich indem ich Seeds herstelle wie stelle ich Seeds her aha aha okay in dem Erchanling was weiß ich schlag mich tot machen wir aber dann beim nächsten Mal für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns dann morgen wieder gehabt euch gut und tschüss tschüss bis 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 Vielen Dank.